Entschuldigung, Entschuldigung, Leute, nur zwei Sekunden, zwei Sekunden. Wir wollen euch zu einer sehr heißen Frau, vielleicht haben wir geile Frauen. Wir haben hier geile Frauen am Start, bitte mitkommen, Vorsicht. Ah, es wird interessant. Voll geil, oder? Voll geil, ja? Vielleicht haben wir geile Frauen, alles hier ist besser. Entschuldigung, wie heißt du? Gabi. Wie geil bist du, promillemäßig? Voll geil, ja? Best Ball geil, krass, ja? Alles in Namibia ist besser, oder? Geile Bier, Geile Frauen, alles beste. Ja, für Leute, ich wähle alles. Ja, ich wähle alles. Aber nicht die Queen, nein, die Queen ist mein Hero. F*** Soccer, es gibt keine solle Sache als Soccer. Football ist das, was wir nennen. Soccer ist für Afrika, ja, sie spielen hier, sie kicken die Ballen. Aber das ist Soccer, das ist Football. Football ist das, was die Professionale spielen. Das ist wo meine Queen kommt, und ich habe einen Unusie-Smallnob. Best. Er ist ein Cricket-Fan. Du, oder nicht? Hey, hör mal, hör mal, hör mal. Das ist dir jetzt die Story erzählt. Ja, allright, gib ihn. Ich erzähl dir, du machst jetzt ne Story über Brein. Ja, aber wir sind interessiert an deinen Shang-Wangau. Und Scar-Brippe-Brein. Ich will nicht reden über die 10 Chicks Team im F***n-Bag-Seek-Nighted-Up. Noch einen. Warum denn nicht? Komm schon, Alter. Weil das ist privat. Leute wollen das wissen, Mann. Komm, spread die News. Das ist... Oh! Jeeeeee, gar meißle. Ey, jetzt nicht vom Thema abwechseln, ne. Komm schon. Wen hast du zuletzt geniht? Ja, die, ey. Ich habe so Rumors gehört. Sind nicht ein bisschen jung, Mann. Ja, junge Knochen brechen schnell. Mann, wie geht's? Ja, alles klar. Ich bin gut drauf. Hier ist alles super. Hey, do you have a shagging wagon? Ja. Do you shagging the wagon? Why not, Mann. It's exactly comfortable here and I'm feeling at home, Mann. It's... I was... I even went to a carnival in Germany. It was about here at home. I feel so comfortable and it's absolutely amazing. My friend, are you drunk? No. How many beer have you had today? How many beers? I always 14 beers. Just to prove. Cheers, Mann. I'm a beer brewer. Out of Germany, trained in Germany. And... There's no shit. I ain't gonna get drunk by my own product. Hammer, 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 hammer. Hey. Wir hatten den Brei. Okay? Wir hatten einen Brei. Und wir hatten Stainless Steel Rost. Hast du da geshagged? Stainless Steel Rost. Okay? Wir hatten Stil Zitrone. Wir hatten... Wir hatten Steak and Chop Spice. Gebrauchst du Dura Loop? Aromat. Hast du Sex Loop? Und wenn mich hier niemand stört, dann hatten wir auch Maggi. Maggi zum Essen. Gebrauchst du Maggi als Gleitmittel? Nee. Warum nicht? Weil das rutscht nicht lecker. Welches Auto fährt deine Mama? Die hätte die fetten, dicken Mölk, aber... frag ich mich nicht, wo der ist, so. Und deine Mama? Ein Rennold. Ja, okay. Denkst du, deine Mama hat einen fetten Shaggy Wagon? Das ist Shaggy Wagon, oder? Nee, mein Vater hat einen Shaggy Wagon. Oh, schau. Ist das deine Freundin hier? Ja, nicht nachts so. Nicht nachts. Alright, alright, alright. Hast du keinen Heater in deinem Auto? Hier ist der Prozess. Hier ist der Prozess. Ich nehme erstmal einen Sack Kamel und Holz. Dann nehme ich einen Puggy Blitz. Alright. In deinen Shaggy Wagon. Oder draußen. Ich nehme einen Sack Holz. Ja. Einen Puggy Blitz. Dann stehe ich das an. Alright. Und dann, wenn das Holz abgebrannt ist. Aber moi. 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 Dann mache ich erst diese Fokke Skab-Rippe. Weil Skab-Rippe, nein. Das ist wieder so ein Thema für sich. Erst auf der Knochenseite. Also du nimmst die alte direkt auf die Knochenseite. Ne, ne, ne. Warum denn? Fui Deivel. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist ja was du sagst. Fui Deivel. Feitsch du. Knochenseitig. Eineinhalb Stunden. Anbröziehen. Bröziehen. Eineinhalb Stunden. Und dann. Wieder gehen. No, no. Mit eineinhalb Stunden. Wie hält dieses Suspension in Dein' Beetle das aus? Gott, boys. Hä? Gott, okay. Ey, die Leute wollen das wissen. Ne, oh. Bist du als Experten? Dieser Kack, ey. Das ist Fokke, das ist, das ist der Fokke, der Fokke, den du kennst. Weltberühmt, weltberühmt, jetzt auf ISTV, diesmal ganz live. Hallo, Werner. Grüß dich. Wie geht's dir? Bestens. Ja, und was machst du beim Karneval? Wie bitte? Was machst du hier? Was ich hier mache, ey. Zum Wohl, ey. Guck das, Dirk. Wir suchen die Coolbox. Na, na, aber du hast noch nicht mitgekriegt, dass die schon gefunden worden ist. Tatsächlich. Was für ein Shaggenwagon fährst du gerade? Äh, ich würde sagen, Toyota. No, cruise so heavy mit den Nye. Ja, genau, genau. Du weißt Bescheid, ne? Wie? Wie soll ich das jetzt verstehen? Das ist nicht der Blätterfelgen. Sondern ich habe Old Man Emo Suspension. Und wie? Die Old Man Emo Suspension, die freut. Ähm. Die freut. Und du bist eigentlich zufrieden damit, oder was? Ja, ja, ja. Ähm. Interpretat. Freust du Stiles in dein Auto? Freust du Stiles in dein Auto? Ja, ob du jetzt gemütlich wirst in deinem Wagen mit einer Frau. Sehr gut. Ja, richtig. Wett gemütlich. Schon öfters. Kommt schon mal vor, oder? Ja. Und wie genau machst du das? Bist du eher raffiniert oder haust du die alte einfach um den Block und dann knallt's? Hahahaha. Willst du Details wissen? Ja, die Viewers, die interessieren sich für sowas. Ja? Hahahaha. Sehr gut. Details. Heute geht's ja um den Block, um den Block und dann so und noch ein paar Ecken und dann noch eine Ecke oder zwei. Ist fantastisch. Das macht Julia. Die weiß Bescheid. Er braucht es nicht. Er braucht keine Sexspiele. Achso, also du würdest sagen, der kennt sich voll aus, oder? Ja. Er hat's voll drauf. Hast du das schon mal gehabt in seinen Shaggy Wagen mit ihm? Ja. Und war gut? War super. War super. Für unsere Viewers bei East TV. Welches Autopart kannst du especially recommenden für einen Shaggy Wagen? Ähm, die Sitzschlauchen. Was für ein Sitzschlauch? Was ist das? Ein Sitzschlauch ist in den 1964 erfunden und das ist ein Apparativ. das erfunden wurde für den Doggy Style. Nämlich. Wo gibt's das? Dann machst du die Beine rein und dann gibst du saures. Dann gibst du saures. Alright, alright. Jetzt sind wir eigentlich ziemlich aufgeklärt für unsere Viewers bei East TV. Danke für ausreichende Informationen. Und ja, zurück ins Studio. Lampensiert wird von jr. Guten, Lampensiert wirdisée. Lampensiert wird. Abonniert. Daaga. Hier gibt es ein ö sapp Erfolg.